Die mag ich und das gibt einen schönen Geschmack. Und jetzt schauen wir uns mal um, denn da sehe ich schon was wachsen. Schaut mal und wieder da, wo die Sonne hinscheint. Und da kommt auch richtig wieder Pilzlaune auf. Pilze gibt es überall, ihr seht, auch hier kann man Glück haben. Wieder eine schöne Marone und da noch eine. So soll das sein, jetzt schauen wir uns weiter um und genießen einfach mal zusammen, die Pilze zu ernten. Soll das sein, jetzt schauen wir uns weiter. Soll das sein, jetzt schauen wir uns weiter.